Heute zeichnen wir einen Löwe. Als erstes mache ich die Gesichtsform, dann mache ich die Nase und den Mund. Die Augen mache ich ganz einfach mit zwei Kreisen und dann beginne ich die Milene zu zeichnen. Da sind ganz einfach solche Zacken nach unten. Funden mache ich ganz einfach mit so einem Kreis und dann mit drei kleinen Kreisen. Dann mache ich noch die Hände und im nächsten Video malen wir ihn aus mit meinem Sohn.